Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Adventskalender-Video bei mir auf meinem Kanal bei PosiTV. Und ja, heute ist der 21. Dezember. Heute kommt das Video etwas später, da ich aktuell eine Spätschichtwoche habe. Das heißt, jetzt kommen die Videos um die 23 Uhr. Also zumindest jetzt am 21., 22. und am 23. und am 24. wieder gewohnt um 20 Uhr. Und denkt dran, da ist ja dann noch ein Random-Key mit dabei. Also nichts verpassen. Immer reinklicken. Vielleicht habt ihr auch Glück und ich gerne noch mehr Keys. Soll ich mal nicht weiter drum herum reden und gucken wir mal heute mal rein. Was habe ich denn heute für einen Key gekriegt? So, weiter. Aktivierung erfolgreich. Pixel Puzzles 2 Space. Äh, nein. Puzzles? Ist das ein Puzzle-Spiel? Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Gucken wir uns die Bilder an. Es scheint wirklich ein Puzzlespiel zu sein. Zum Puzzlen. Wow. Echt klasse. Äh, wer kauft sich sowas? Ein Freund. Haha, nee. Gott sei Dank bin ich ja verdeckt. Hahaha. Wer das so genau ist. Äh, herrlich. Es gibt ja Rumschaften dafür. 25 Puzzle. Oh Gott. Also, ich spiele das garantiert nicht. Also, ich könnte knicken. Hahaha. Heute ist der 21. Dezember. Du, ich habe noch drei Keys, die kommen. Also, vielleicht habe ich hier auch noch Glück. Bisher, also, die letzten Tage, das war ganz schön heftig, ja. Aber trotzdem. Warum nicht? Einfach ein Video drüber machen, ne? Kann man ja machen. Auch wenn das jetzt besonders kurz war, ist ja auch nicht schlimm. Ihr könnt auch dafür mal kurz ein Like da lassen, auch wenn es so ganz kurz ist. Bis zum nächsten Mal, euer Puzzli. Uh. Zähnwechsel. 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 Zähnwechsel.